hallo liebe sportsfreunde willkommen auf meinen kanal zu dieser späten stunde am 29 vierten jetzt haben wir es ungefähr kurz vor 10 uhr ich habe eine kleine ankündigung zu machen und zwar ich möchte gern über die sommerpause mit meinen abonnenten nhl18 zocken jawohl mit meinem abonnenten ich möchte ein bisschen let's playen und zwar in einem anderen format das würde ich andere let's player machen und zwar mit meinen abonnenten das heißt ich habe einen youtuber und zwar mein eisbeerenpro das eric lp der nimmt mit mir das erste video auf und zwar die berliner eisbeeren gegen die wiener capitals wer mich persönlich kennt der weiß der liebe hb der kommt aus österreich aus tirol und fährt für jedes spiel nach münken zum zuschauen dann habe ich mir gedacht okay dann lassen wir die österreichische hauptstadt gegen die deutsche hauptstadt zu treten und das ganze vier mal das erste heimrecht dadurch dass mein kanal ist gehört mir das zweite heimrecht gehört dann an eric und das ganze machen wir heute wie in der djl vier mann jede mannschaft spielt vier mal gegeneinander für weitere videos seit zc squad es braucht eine playstation 4 das nhl 18 spiel ein headset und jetzt müsst ihr mir bewerbung schreiben da muss drinstehen in kein name am besten in kein alter wenn es eisocke fans seid würdet mich gerne interessieren von welcher mannschaft und ob sie das heimrecht haben möchtest bei mir bei ihnen keinem ersten spiel gegen mich oder ob sie lieber gast sein wollt und dann schreibe in gezucke machen wir mal eine kleine quatscherei wenn wir zusammenkommen dann nehmen wir ein video auf laden das auf meinen kanal hoch und dann schauen wir ob wir über den sommer sogar eine kleine playoffrunde dann zusammenbringen und wenn unbedingt jemand sagt nein so gegen die allein spielen will ich nicht aber ich gerne mitspielen ist auch kein problem wenn jemand lust hat mit einzusteigen bei die wiener capitals bei mir dann sollte man auch schreiben und wenn jemand lust hat einzusteigen bei die eisbären dann dürft ihr mich auch schreiben dann machen wir das mit dem eric aus ob er dass er einen zweiten spieler dazu hat dann sind wir zur vierten in der party inne und dann nehmen wir das spiel auf und laden es hoch schreibt es mir in die kommentare wie ich das projekt gefällt was ich vor habe und ja dann hören wir uns dann wünsche ich mir einen schönen und ich wünsche ich mir was servus